J.F. ist eine ganz besondere Skulptur für mich. Eines ist der Skaradeus Manifizier, zum anderen ist er die erste Skulptur, die ich wissentlich gemacht habe, in dem Sinne, dass ich mit Konstović die TDI möchte. Er ist auch das erste Video, was auf meinem Kanal veröffentlicht wurde und besteht aus einer Vielzahl an Materialien. Wir haben hier Drähte aus Epoxidharz gegossene Kristalle. Dann haben wir hier Flieder getränt in Acrylfarbe. Ein paar verrostete Funde mit Medelldefektor habe ich eingebaut. Das ist Toilettenpapier, das umspannt und einmal den gesamten Körper und die Flügel. Dann haben wir hier eine Duschverpackung, in die ich Zahnräder eingebaut habe, die ich dann mit dem Epoxidharz versiegelt habe. Und letztendlich besteht der Körper aus gespinzenem Arten. Was macht ihr denn noch hier? Hier, dann bis zum nächsten Video oder nach unten. Da habe ich euch die Fälle mit einem Museums-Videos. Oder noch besser, ihr kommt am 15.09. bis zum 27.10. einfach nach Vornau- Information und schaut euch die Ausstellung vor Ort an. Die Ausstellung ist über Donnerstag und Sonntags geöffnet um 12.00 bis 16.00 Uhr und am Samstag und Sonntag könnt ihr nicht dort aufkommen. Ich freue mich auf euch, macht's gut und bis bald.